Wenn du vor einer Situation stehst, in der du um deine Sicherheit besorgt bist, etwa wenn du in einer dir unbekannten Gegend unterwegs bist oder auf eine Party gehst, auf der du niemanden kennst, kannst du einen Sicherheitscheck einrichten. Wenn du einen Sicherheitscheck planst, fragt dich dein Smartphone zu einer festgelegten Zeit, ob du dich sicher fühlst. Wenn du nicht bestätigst, werden deine Notfallkontakte benachrichtigt und sie können deinen Echtzeitstandort abrufen. Damit du den Sicherheitscheck nutzen kannst, musst du der App Persönliche Sicherheit – Zugriff auf deinen Standort geben. Die Berechtigung zur Standortermittlung kannst du in den Einstellungen unter Standort ändern. Aktiviere die Option Standort verwenden. Tippe dann auf Berechtigungen zur Standortermittlung und auf Persönliche Sicherheit. Wähle dann eine Option für den Standortzugriff aus. Um den Sicherheitscheck zu aktivieren, wische vom Startbildschirm nach oben, damit dir alle Apps angezeigt werden. Tippe auf Persönliche Sicherheit. Tippe auf Sicherheitscheck. Wähle den Grund und die Dauer aus. Tippe unten rechts auf Weiter. Wähle mindestens einen Kontakt aus, der benachrichtigt werden soll, wenn du auf den Sicherheitscheck nicht reagierst. Standardmäßig werden alle Notfallkontakte ausgewählt. Tippe auf Starten. Wenn du den Sicherheitscheck deaktivieren möchtest, tippe auf Beenden. Wenn du den Rettungsdienst kontaktieren musst, aber weder ein Funknetz noch ein WLAN in der Nähe hast, kannst du einen Notruf über Satellit absetzen. Starte dafür zuerst einen Notruf. Tippe dann auf das Symbol für Notruf über Satellit. Tippe auf Starten. Folge den Hinweisen auf dem Display und melde deinen Notfall. Tippe dann nach Satellit. Tippe auf싸nt.